Buongiorno, meine kleinen Macaronis, zu einer, ähm, ja, ich sag mal, neuen, ähm, zu einer Testfolge, so kann man das sagen. Ich habe ein bisschen an meiner Aufnahmeeinstellung hier rumgebastelt, rumgeschraubt und ich wollte mal was ausprobieren, deswegen gibt es jetzt nur eine kurze 20-Minuten-Folge, weil ich hier ausprobieren muss, ob es alles funktioniert. Ich habe schon ein paar Minitests gemacht, ein paar Sekunden aufgenommen, Lautstärke angepasst. Ich hoffe, es funktioniert alles so, wie ich es mir vorstelle. Ansonsten muss ich das Ganze nachvertonen und, ähm, das will ich nicht. Deswegen eine kurze Folge. Ähm, gestern kam leider nichts, weil Elgato rumgesponnen und rumgespackt hat ohne Ende, richtig gnadenlos, total scheiße. Aber jetzt sollte hier alles vernünftig laufen, hoffe ich jedenfalls. So, wir gucken uns mal da hinten den Fettmorpel an. Wo muss ich überhaupt hin? Äh, ja, äh, okay. Und dann oben, okay. Alles klar, mal gucken, mal gucken, wird schon. Wird schon schief gehen. So, wie immer. So, den haben wir erfolgreich umgenüpselt. Warte, uns nichts entgegenzusetzen. Ach, guck mal da, ein fettes Golem. Ähm, das sind zwei, das sind zwei fette Schlamse. Ach, du meine Fresse. Okay. So, den erstmal wegmachen. Komm, gehen wir aufs Korn. Yeah! Sau stark, Mann. Okay, cool. Ich würde mal sagen, wir hauen einfach mal das Vieh zu Klumpen. Und das wird unsere Sonderfolge. Er hat es auf Sascha abgesehen. Oh, nein. Aber ich dachte, Sascha ist tot. Wollen wir das? Nein, weg, 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 weg. Er hat mich getroffen. Ich habe aber nirgends wo Minus, ne? Voll geil. So. Einmal gehen hier. Das mit diesem Aufladen ist echt geil. So brauchen wir eigentlich überhaupt keine Heiltränke mehr für unsere AP. Okay, ich feiere das immer noch. Wie blöder. Star Wars the Stream! Yeah! Ich finde es gut, dass wir hier so ein paar NPC-Spieler haben. So, lassen uns die Viecher in Ruhe. Ich drauf schlacht, das ist voll geil. Alle zusammen, jetzt! Abschöder will abhauen. Die wird nicht abhauen, die wird nicht geflüchtet. Das ist voll geil. An dem Vieh kann man sich jetzt ordentlich die Skills hochballern. Ja, kommt. Kleinen ist neugierig. Das ist echt toll. Alter, wie die leiden müssen. Oh, er hat es auch Aston abgesehen, der dicke Klumpen. Das geht doch mal gar nicht. So. Wie schnell wir den schon halb runtergeknüppelt mit haben. Fast, das ist gar nicht mehr so schlecht. Wir sind bei gerade mal dreieinhalb Minuten. Freue ich mich sogar ein bisschen. Und da ist er schon wieder schwach auf seiner kleinen Hüderbrust. Ihr macht das schon. Ich glaube, fest an euch. Oh, da kommt ein anderer Moppe. Scheiße, ich habe mich getroffen, ey. Okay. Ich werde das Ganze hier übrigens auch nicht irgendwie rendern oder das Video schneiden oder Vorsprung oder so. Das ist jetzt eine reine Testaufnahme. Deswegen hoffe ich immer, dass auch alles gut läuft. Ich habe keine Ahnung. So, der Moppel ist schon halb tot. Das Ganze müssen wir noch... Wir müssen noch dreimal... Oh, oh. Die Moppels hier... Mist. Hart erwischen. So. Also müssten wir in... Ja, sagen wir mal nach... Ungefähr 10 Minuten bis 12 Minuten mit beiden Dicken hier fertig sein. Gegner schlag von aus und... Ja, aber das wird, ne? So. Gut, dass ich außerhalb von dem Donnerkreis bin. Wieso? Ich sehe gerade, da ist so ein dicker Golem auf dem Kreuz. Also hinter uns. Habe ich nicht übersehen, aber was will er hier? Ey, Moppel! Ja, und? Nervensäge, ey. Ich habe da gerade wieder eine Sidequest absolviert. Du, 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 du. Reines Geschnetzel und das Ganze ohne dann irgendwie zu cutten oder vorzuspulen. Muss ja auch mal sein. Zwecks Testaufnahme. So. Ich bin gespannt, wie lange wir überhaupt noch brauchen, um die Story durchzuballern. Weil wir uns ja langsam dem großen Final gegen Genesis nähern. Was ich schon irgendwie cool finde. Springt einfach mal in den Kopf. Liberta. Das ist jetzt unser guter Freund Liberta. Das ist echt traurig. Liberta, mit dem haben wir so viel erlebt. Wir dürfen Liberta nicht untergeben lassen. Nicht Liberta. Oh, jetzt hier kommt. Verrecke! Verrecke! Ja, Mann. Ja, Mann. Guck es dir an. Guck es dir an. Der Erste ist gleich tot. Ich überlege, wir haben damals vor, ich glaube, einem halben Let's Play. Oder noch länger. Und da, glaube ich, fast 20 Minuten, aber eigentlich auch noch eine Viertelstunde, um einsam fetten Schleim kaputt zu machen, gehen wir, gehen zwei auf einmal vor. Weil wir einfach Badass sind. Wir suchen wirklich Badass. Alle zusammen! Ja, Mann! Alter, wie der leidet. Und der hat den Multiplikator noch echt runter. Ja, aber den hier. Zaubern wir erst mal den Schaden schon hoch, also den Multiplikator. Und dann gehen wir voll in die Offensive. Ach, Mann. Alter, mich. Paradienst. Geht aber gar nicht. Wieder weg. Jetzt aber! Ja, Mann. Alter, wie der Schaden frisst, ne? Oh, oh, oh. Mega, geil. Und da haben wir jetzt auch schon gleich in Tauern. Oh. Wenn wir nicht, äh, behindert werden. Toll, danke. Gerade so gut dabei gewesen. Jetzt stirbt doch endlich. Ja! Level-Aufstieg. Geil. Na, das hat er doch mal geboxt, ey. Mega stark! Okay, zwölf Minuten. Ziemlich unterschätzt hab ich mich da. Acht Minuten und wir sind durch. Und, ähm, ja, auf acht Minuten geht die Aufnahme und dann hat er nicht sofort angefangen, zu kämpfen. Mega geil, mega geil. Mit wem wir es hier alles aufnehmen können, ist der Obachseed. Ja, klump ihn mal einfach mal so. Einfach, weil ich es kann. Ähm, ist zwar nicht nötig, weil die Viecher, hehehe, low bobs, aber egal. Okay, cool. Ich find die Musik übrigens geil hier. Nachts. Richtig schön. Irgendwie haben allgemein die Nachtfeams, ich muss mal kurz am Auge kratzen, die Nachtfeams immer richtig was zu bieten, finde ich. Also, es ist echt cool. In der Wüste das Nachtfeam war richtig geil. Und hier? Ah, auch toll. Schön, wie neugierig du bist. Das, das ist nett. Ich weiß. Ich bin nett. Und smart. Nicht so smart wie Asen, aber nett. Ja, sehen wir müssen wir auch noch ein Like reindrücken. Ich gehe zwar nicht nach unten, hab jetzt gerade keinen Bock drauf. Aber, es ist ja auch nicht nötig. Wir finden eh immer nur denselben Mist. Böser. Ganz, ganz böser. Böses Juju. Zack. Erledigt. Der arme Gole mit den, ähm, Glitzerfunker-Steinchen. Nehmen wir auch noch mal mit. Hier ist echt wenig los, möchte ich nur mal anmerken. Wenn wir uns das so angucken, kaum gehe ich. Na, links ist zwar so ein fetter Kampfkreis, da werde ich auch gleich durchstürmen. Aber nichts machen. Die Schatzkisten, wie gesagt, die lasse ich mal links liegen. Die sind ja eigentlich Wurst. Warum mache ich nicht den? Okay. Zeig dich. Oh. Wano, Wano, Wano. Schurkischer Schleim aufgetaucht. Alles klar. Spieler im Gebiet sollten entweder flüchten oder zusammenarbeiten, um ihn zu besiegen. Das entfremdete Böse. Böse! Level 90. Level 100. Wow. Wow. Irgendwann werden wir mal so gut sein, dass wir uns mit diesen fetten Moppeln messen können. Jetzt würden die uns auseinandernehmen. Schnurzenden. Oh, guck mal, da ist ein schwarzes Krabbi. Äh, Kinglar wegen der großen Schere. Boah. Mega. Boah, du bist so immer Krabbe. So. Boah, ich hatte schreit, dass sie uns besiegen würde, weil die so unglaublich stark ist. Ich bin hinter dir. Gewesen, du Lutschgob. Ich werde deinen Panzer knacken, deine Scheren aufbrechen und dich dann genüsslich ausschlürfen, weil das total widerlich ist. Ah, warte mal. Halt, nein. Immer mit gezugten Schwerdern. Hast du gut gemacht. Oh, Klein, du bist so feurig. Lass mich dir ein feuriges Like geben. Komm, 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 komm. Seikol. He, he. Ich habe das Gefühl, wir müssen gleich fighten. Aber wir kommen hier nicht durch. Alles klar, ich muss den einfach nicht nehmen. Äh, ätzend. Und ich kann noch nicht mehr sagen, ich schneide es raus, weil Testaufnahme, scheiße, es tut mir leid. Eigentlich nicht, weil manchmal muss man, auch mal was verändern. Schulkischer Schleim. Trennender Schleim. Ich habe aber auch ausgefallene Namen, muss man ja mal sagen. Wow, ich bin begeistert. Ich bin voll begängert. Nicht anpacken, nicht anpacken. Er wird uns nur töten wollen, weil er böse ist. Böse, blauer Schwule. Total böse. Halt. So. Ich vergesse immer, dass ich die Schwäder ziehen muss, was ein bisschen doof ist. Aber, ich bin dankbar für die Option des, äh, schnellen Wiederherstellens. Oh, ich war aber da, ob ich ein bisschen in der Luft, deswegen ist das noch mal in der AP so schnell weggegangen. Scheiße. Ach, komm. Ja, komm. War mal eine Freude, abzuduten. Auch den dicken Gollums lasse ich in Ruhe. Jetzt möchte ich nämlich, ja, wenn ich es hier dürfe, weiter. Sehr schön. Wir sind mit dem Start duetten. Ladebildschirm, komm. Jetzt möchte ich was Neues sehen. Total Neu. Ah, guck mal da vorne, da ist schon unser nächstes Ziel. Mhm, 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 mhm. Schaffe ich es in den nächsten Mieten dahin? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich Monster ignoriere und einfach durchlaufe, ja, auf jeden Fall. Das würde ich auch tun. Außer die eine Schatzstruktur hier einsammeln. Das Feuer, lassen wir stecken. Oh, Kampfkreis. Ich muss niesen. Oh. Okay, er kommt nicht. Ah, Mann. Ich hasse es. Entschuldigung. Kann mir noch nicht mal muten. Verdammt. Okay, ich hätte bei dem... Das ist cool. Bei dem Gartetwegen hätte ich jetzt das Video kurz ausmachen können, aber nein. Ich bin froh, dass es endlich läuft, weil ich die Option gefunden habe, wie man das einstellen kann. Ich finde mich doof. So, ihr macht das schon. Beschützt mich, beschützt mich. Wie viele muss ich eigentlich? Ähm. Ah, da noch noch zwei. Ah, alles klar. Ja, Sabah, Zwiebel. Stirb. Also, die Kampfkreise werden wir auf jeden Fall machen. Das ist das Kämpfen, was wir uns nicht leben lassen. Okay. Okay. Kurz was gucken. Skills. Oh, wir haben 23 Punkte. Geiler Scheiß, ey. Notizierte Arm von Angriff und Angriff. Und die... Äh, äh, Musiliharm. Musiliharm. Erhöhrte Angriffstempo und Quitschhung. Ja, das wurde auf... Ne, noch nicht. Flammende Dringung, Treffer 2, ich bin nicht nach 100% der einzelnen Angriff. Kostet uns 7 und der kostet uns 11. Stumpf, Treffer 8, schwerer Angriff, super Rüstung, Schutzbruch, Albtraumregen. Jetzt gehen wir mal dahin. Perfekter Stil, erhöht Angriffstempo und Crit-Chance. Das wäre 300b. 240 Sekunden, nicht schlecht. 4 Minuten, geil. Albtraumregen. Das lasse ich drin für AP-Regenerierung, das ist super stark. Unser Main-Angriff, würde ich mal sagen, mal hätte den Flächenangriff wecken, durch den Albtraumregen. Ja, schon. Okay, müsste ich mal 299, 94, alles klar. Ich mache den noch einmal hoch, vielleicht kriege ich da noch einen Punkt und den müsste ich auch mal irgendwo hinhauen, ne? Befehlspalette mit dem Flüchten? Weiß ich nicht. Was soll das? Parieren? Okay, das nutze ich ja eigentlich nie, ne? Oh, ich halte von diesem Stick benutzen und dann was einsetzen, halte ich nichts. Halte ich wirklich gar nichts von. Ich würde das hier gerne mal ausprobieren, aber wohin setzen? Wohin setzen? Ich switche eigentlich nie, ne? Ich switche ja eigentlich nie. Genau wie ich das heilen selten mache und das könnte ich auch, aber... Ich hau das mal in die Ecke, um es mal zu behalten. Okay. Mal ausprobieren, mal ausprobieren. So. Hat das schon gereicht? Tatsächlich. Nice. Weißt du, dass es für jeden Angriff um eins steigt? Da habe ich mir noch nie Gedanken drum gemacht. Entferne das mal. Ich setze das jetzt einmal ein und dann gucken wir mal. Oh, ich bin wieder mal versuppelt. Jo, Alter. Geiler Scheiß. Eins. Okay. Dann ist es, das ist hier meine Begierde. Okay. Tötet ihr ihn mal? Und das, was ihr ihn noch trefft. Meine Güte. Feine. Was macht ihr nur? Ja, für jeden Einsatz, mit dem ich wahrscheinlich auch treffe. Oh. Warte mal. Mal kurz gucken. Mal den hier. Oh. Ich habe was getötet. Wollte ich gar nicht. Ist überleid. So, mal den hier. Sieht schon cool aus. So. Drei. Ah. Ich muss ihn einfach nur einsetzen. Dann kriege ich... Alles klar. Ich könnte off-screen einfach eine Stunde lang immer den Skill einsetzen und dann wird er voll hochgepowert. Das ist ja irgendwie cool. Spart uns Zeit, möchte ich nochmal anmerken. Nice. Warum nicht? Nehme ich einfach mal so hin. Jetzt kommen wir natürlich nicht mehr da hinten zu unserem Ziel hin. Also muss ich mich jetzt irgendwo hinstellen, um die Aufnahme zu beenden. Weil wir haben die 20 Minuten erreicht. Ich stelle das mal hier in den Durchgang. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal in einer langen Aufnahme-Session wieder. Die werde ich dann auch wieder schneiden und so weiter. Aber wenn das jetzt hier alles funktioniert, brauche ich Order City nicht mehr benutzen. Das ist voll gut. Dann kann ich Elgato mit Elgato alles aufnehmen. Dann kann ich zwar nicht mal meine Stimme rausschneiden, falls mich hier irgendwas anpissen sollte. Aber hey. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Weil das ist fürs Livestream richtig gut, falls man OBS wieder umspacken sollte. Yay. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank für's Zusehen und bis zur nächsten Aufnahme. Also, ähm. Tüdelü.